Willkommen 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 bei Let's Play Minecraft So, wir beginnen gleich wieder mit dem Abbau von Holz Was soll's? Ähm, ne Weil wir ja noch unsere Holzfällerhütte irgendwie mal fertig kriegen wollen Auf die Art und Weise dauert das bloß noch ein bisschen Ich könnte ja eigentlich schon mal mit dem Dach wieder anfangen Ja, Gnarf So, zack, zack Das geht mir echt langsam auf den Senkel mit den Mobs hier unter Ich krieg die Krise Ach, ich brauche mir jetzt immer noch eine Axt Was soll da jetzt hier? Skelett Zombie Und eine Spinde unter uns Na, herrlich Die Frage ist, ob ich mir einen kleinen Keller hier baue Ist das schon das richtige Holz? Gut Und eine Spinde Und eine Spinde So, damit haben wir Kriege Nummer 1 fertig. Ah, genau, auf das falsche Holz. Die Spinne verfolgt uns. Wieso können die uns denn überhaupt sehen? Oder nehmen die unsere Bewegung wahr durch die Erderschütterung? Fragen über Fragen. So. Machen wir die Seite noch komplett fertig. Naja, hier mache ich ja quer. Oh, ich hätte den ersten Balken noch stehen lassen, sondern ich bin... Auch ein Hampelmann, ey. So, so geht's natürlich auch. So. Eins, zwei, drei, vier. Juhu. Na super, jetzt habe ich wieder meinen Timer nicht angestellt. Das ist natürlich wieder perfekt. So, haben wir noch, haben wir nicht. Gut, lassen wir das erstmal alles zerfallen dort. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Holz wieder. Ich komme natürlich wieder nicht hoch. Und zack, zack, zack. Nein. Da sehe ich gerade, wir kriegen wieder Kohldamm. Ich müsste mich echt mal um die scheiß Felder hinten kümmern. Aber ich lasse mich immer wieder ablenken. So. Und damit haben wir die letzte Dachschicht oben drauf. Am besten, ich haue hier auch Fackeln drauf. Sieht natürlich noch nicht aus, weil wir noch überhaupt nicht fertig sind. Und es wird Nacht. Ich müsste mich eigentlich verdrücken. Nein. Das gibt's doch gar nicht. So. Jetzt sind wir aber komplett fertig mit dem Baum. Gegner in der Nähe. Sieht alles sauber aus. Die Frage ist, ob der Keller überhaupt was bringen würde. Der Hohlraum ist wohl ein bisschen weiter weg. So. Haben wir noch ein Holz übersehen oder wo ist das? Ich glaube das war's. So. Gehen wir mal schnell ernten. Uh ja. Nahrung ist schon ziemlich niedrig. Schweinies. Karotten können wir auch gleich noch anbauen. Zack, zack. Guck. Oh. Guck. Guck. Än. Du. Drei Brote grad mal. Na gut. Besser als nichts. ein Enderman auf unserem Dach? Öh. Ich würde ja gerne mal gegen einen kämpfen, aber ich glaube, wir sind dafür total schlecht ausgerüstet. Verdammt, jetzt ist er weg. Oh, dafür ist eine Spinne da. Hier, er geht's auf den Arsch. Da hinten war noch eine. Ich weiß nicht, wo die spawnen. Spawnen die von den Bäumen her oder was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hat der Enderman wenigstens alles heile gelassen? Sieht gut aus. Schweinis, euch geht's gut? Okay. Dann kann ich mir jetzt nochmal eigentlich... Nee. Ich glaube, für Korten ist es noch zu früh wieder, die zu vermehren. Das dürfte noch nicht kloppen. So, meine Axt. Karotten, das lege ich mal schnell hier drin. Das Holz brauche ich. Und die Spitzhacke brauche ich momentan nicht. Die Erde nehme ich mal mit. So, und das Holz. Vielleicht noch ein bisschen Stein. Wo haben wir unsere weiße Wolle? Da. Da könnte ich doch eigentlich jetzt mal... ...weitermachen hier. Wo ist denn das Bild? Draußen. Na klar, es springt raus. Ist logisch. Boah, als muss ich das zum dritten Mal aufhängen. Geht doch. So, ach, da oben haben wir ja auch noch eine Riege. Vielleicht mache ich hier unten ein Fenster rein. Mal gucken. So, ach, da oben haben wir ja auch noch eine Riege. Hm, da muss ich von draußen ran. Lalalala, da bin ich mit dem Stockwerk soweit fertig. Jo, ich denke mal, das geht. Vielleicht könnte man sogar das Steinding ersetzen. Aber dazu später. Und dann. Okay. Okay. kloppen es Und noch die Seite, das Holzjumbo ist natürlich noch. So, haben wir noch zwei, reicht natürlich überhaupt nicht aus. Aber hier können wir erstmal ein Loch lassen. So, und dann ist es mal wieder soweit. Wir machen ein Folgenpäuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Spitze bedanke mich. Bis denne.